Der junge John Lennon war Schüler, als sein Lehrer die Klasse fragte, was wollt ihr im Leben werden? Eine Mitschülerin, die meldete sich und sagte, ich will Model werden. Ein Mitschüler meldete sich und sagte, ich will Fußballprofi werden. Und schließlich fragte der Lehrer, und du John, was willst du im Leben werden? John überlegte einen Moment und sagte, ich will glücklich werden. Der Lehrer legte seine Stirn in Falten. Ich glaube, du hast meine Frage nicht verstanden. Nein, antwortete der junge John, sie haben das Leben nicht verstanden.